Andrea, so ist es richtig scheisse, ne? Das ist richtig scheisse, ne? Wie kann man dann den Gegner zu einfach anbieten? Dann müssen wir zurück da! Komm jetzt! Philipp, geh vor der Falle! Weiter! Stimmt! 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 Christoph! Christoph! Nach vorne jetzt! Stimmt! 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 Das ist das geiles Jahr. Gut Philipp! Hey, der muss doch mal laufen! Ja, ehrlich. Gut Philipp! Mutti, ruhig! Diesmal! Wie ist ihm! Wie ist es? Gemüse! Vielen Dank. 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 Ja. Ja.